ja freunde ich begrüße euch recht herzlich zurück hier auf meinem kanal und wieder mal zu einer map vorstellung heute schauen wir uns die karte mit verdienen etwas genau an die jetzt auf modtab zum download verfügbar ist der download link kommt natürlich in meine video beschreibung die karte ist nur für pc verfügbar es ist eine etwas kleinere karte mit ja mit weniger details als manch andere karten also sie ist nicht so arg detailreich wie man es von anderen karten vielleicht kennt aber ansonsten ist es eine recht solide karte die für den ls 19 sehr sehr gut geeignet ist wir haben noch eine zusätzliche erweiterung auf der karte das ist eben seasons also sie ist voll seasons fähig und daher kann man wenn man möchte den seasons mod hier voll einsetzen wir fangen gleich einmal an auf der pda übersichtskarte da sehen wir schon die karte ist zu mittel groß wie erwähnt also keine ganz kleine karte aber keine riesengroße karte wir haben hier verschiedenste abladestellen in diesem kleinen dorf haben hier eine wasserentnahmestelle haben ebenso eine tankstelle viehhändler haben wir hier noch mit am start hier drüben der landmaschinenhändler wie man sehen kann ebenso noch verschiedenste abladestellen die leider noch nicht übersetzt sind weiß nicht ob es in der nächsten version übersetzt wird ist momentan eben noch nicht übersetzt auch hier noch verschiedenste abladestellen waldgebiete wie man sehen kann immer wieder kleinere oder auch größere wie man unschwer erkennen kann und hier oben ebenfalls noch eine ableitestelle und man erkennt auch wir haben keinen hof auf der karte beziehungsweise noch keinen eingerichteten hof man sieht wir haben hier drei flächen wo so kleinere zufahrtsstraßen sind diese grauen betonstraßen das wäre so eine fläche wir haben hier unten noch eine fläche und wir haben hier oben noch eine fläche das sind eben flächen die vorbereitet sind um darauf einen hof aufzubauen also heißt folgendes es ist noch kein hof vorhanden auf der karte den muss man sich wirklich selbst erst bauen beziehungsweise auch das land erst kaufen teilweise wir haben hier oben dieses land gehört uns zwar schon ich spiele wieder auf neuer farmer also auf der leichtesten spiel variante von dem her könnte man hier oben dann gleich mit einem hof loslegen aber ansonsten müsste man sich vorher das grundstück kaufen und dann natürlich den hof drauf aufbauen ist immer geschmackssache mir persönlich ist es immer lieber wenn ein hof schon vorgegeben ist den kann man dann gegebenenfalls noch abändern aber gar keinen hof ist für mich im ls 19 immer etwas schwierig ist natürlich wieder immer geschmackssache wie so viele sachen im ls 19 auch bei der feldgröße und feldform ist das ganze geschmackssache mir gefällt gefallen die felder hier sehr sehr gut da sie sehr sehr natürlich angelegt sind wir haben hier wunderschön abgerundete felder wie man sehen kann schön der straße entlang beziehungsweise hier den wald entlang also von dem her gibt es schon einmal einen riesengroßen pluspunkt wir haben aber auch felder dabei die rechteckig sind also von dem her gibt es hier eine recht gute mischung ebenso von der feldgröße haben wir hier eine gute mischung wie feld 33 das etwas kleiner ist und feld 6 hier beispielsweise oder 27 ist schon etwas größer auch wiesen sind dabei neun stück glaube ich an der zahl wenn ich mich nicht recht täusche die sind voll düngbar also da kann man auch das ganze sehr sehr ertragssteigernd nutzen also ist hier ganz normal als feld ausgewiesen wie man sieht hier bei diesen wiesen und von dem her voll nutzbar wenn wir ganz kurz noch einmal die taste x drücken habe ich ja schon erwähnt diese hoffläche gehört und schon eben auf neuer farmer auf der leichtesten spiel variante fällt 40 52 und 43 gehört uns dann ebenfalls schon also da können wir gleich einmal ordentlich loslegen wir können auch noch die waldparzellen natürlich hier kaufen also die sind alle schön einzeln abgetrennt auch hier oben eine etwas größere parzelle und vom preis her ja ist das ganze schon leistbar also da muss man vielleicht noch etwas arbeiten wir haben ja gleich oder nur 100.000 euro am konto ansonsten die felder sind von den preisen her ja ist immer etwas schwer zu vergleichen aber ja ich würde sagen vielleicht im etwas teureren rahmen also da habe ich schon karten gesehen da sind die felder vielleicht etwas günstiger gewesen die hofflächen beispielsweise kosten hier hier wäre eine hoffläche die kostet 0 euro also man sieht das habe ich auch noch nicht gesehen man sieht wir bekommen zu dieser hoffläche beispielsweise die kostet uns 0 euro also wir müssen sie vorher nicht kaufen habe ich zuerst falsch gesagt da kommt feld 7 48 und 18 dazu und zu dieser hoffläche kommt 49 und feld 8 dazu also das ist eine interessante sache also wir können das theoretisch auch verkaufen wir bekommen natürlich auch nichts dafür aber die zwei flächen die hofflächen gehören uns dann beziehungsweise könnten wir kaufen um 0 euro und uns gehören felder auch schon dazu das ist sehr sehr schlau gelöst habe ich zuerst noch nicht gesehen in meiner kurzen meinen kurzen überblick aber jetzt entdeckt also habe ich falsch gesagt der hoff bzw die hofflächen selbst kosten uns nichts und wir bekommen immer zwei drei felder noch mit dazu also das finde ich schon einmal wieder eine schöne geschichte wir schauen auch noch ganz kurz in die garage in unserer garage stehen ein paar exoten und zwar von starrer sind hier zwei traktoren mit dabei mit 105 und mit 180 ps sehr sehr selten in den startfahrzeugen rossl mesh ist natürlich mit am start sieht man schon öfter in den startfahrzeugen mit einem neuen meter schneidwerk mit dabei farmtech mit dem 14.000 litern fassenden anhänger den man hier nutzen kann ein bisschen ackerbautechnik auch schon so mittelgroße maschinen also nicht mehr ganz die kleinsten spritzen dünger streuer ist ebenfalls mit am start und das wäre es dann auch mit den startfahrzeugen also ein bisschen ackerbautechnik kann man sagen und wir können natürlich damit auch getreide ernten also von dem her können wir hier schon geld verdienen wir haben ja 100.000 euro am konto ich würde sagen wir fangen einmal an mit unseren kleinen überflug bzw überblick ich hoffe natürlich ich kann euch wieder die wichtigsten sachen zeigen und euch einen kurzen überblick über die karte verschaffen wir blenden auch die fps anzahl natürlich ein das ist auch immer sehr sehr wichtig finde ich ein paar mal vergesse ich es aber heute denke ich darauf also die fps anzahl ist oder fps anzeige ist drinnen wir starten hier bei unserem startpunkt auf der karte das ist eben diese wasser entnahmestelle bei diesem wunderschönen see hier gleich neben der kirche in diesem kleinen dorf also recht schön angelegt das ganze gefällt mir persönlich schon sehr sehr gut starthof so haben wir ja keinen also können wir eben nicht beim hof anfangen sondern müssen hier im dorf anfangen also hier haben wir eben verschiedene zufahrten zu abladestellen wie man hier sehen kann was man wo genau verkaufen kann müsst ihr bitte selber schauen also darauf kann ich jetzt nicht noch separat eingehen aber wir haben hier schon einmal einen großen komplex wo wir viele sachen verkaufen können von den ganzen twigern her wir haben dann hier eben ein kleines dorf da fahren auch autos rum wir haben hier ebenfalls noch abladestellen mit am start hier hinten den stroh und hohe verkauf und den viehhändler ist eben das standardgebäude glaube ich brauche ich nicht viel zu dazu erklären wir haben dann hier noch eine tankstelle natürlich um treibstoff für unsere fahrzeuge zu kaufen es geht dann hier drüben gleich weiter fliegen wir mal ein bisschen schneller da kommen wir zum landmaschinenhändler landmaschinenhändler ist jetzt auch gleichzeitig einmal unser abstellplatz für unsere geräte bis wir eben einen eigenen hof dann haben bzw aufgebaut haben hier ist eben der landmaschinenhändler wir können den händler hier betreten und hier drüben können wir die fahrzeuge konfigurieren reparieren oder verkaufen schönes gebäude ansonsten sieht alles recht schön aus verkaufsplatz ebenso eine ordentliche größe also da kann man auch ein paar mehr geräte kaufen ohne dass hier platzmangel herrscht hier ist die erste zufahrtstraße zu und einer hoffläche das sind ebenso hofflächen die vorbereitet sind um höfe darauf aufzubauen also die sind schön gerade da kann man wirklich schön höfe aufbauen wir haben dann hier gleich nebenan ein größeres waldstück wir haben hier waldboden mit dabei ansonsten ist der wald vielleicht noch etwas leer da kein einziger busch oder irgendetwas steht oder ein paar grashalme oder irgendetwas also da ist wirklich nur der waldboden der ist wenigstens vorhanden das finde ich schon einmal schön aber vielleicht ein paar wege bzw straßen hätte man hier noch rein machen können sind ja auch so art wege hier aber vielleicht mit etwas schotter oder irgendetwas dass das sich ein bisschen abhebt hier haben wir dann riesengroße felder das feld 43 hier beispielsweise gehört schon uns eben auf der leichtesten spiel variante 52 hier und das 40er ebenso noch kleinere randparzellen hier vom wald sind hier mit am start ist schöner aufgebaut dieser wald also da sind ein paar büsche mit drinnen das würde ich mir für den großen wald gleich neben unserer ersten hoffläche auch wünschen wir haben dann natürlich in unterschiedlichen formen auch natürlich etwas hügelig etwas steiler oder auch flachere felder also das kann man sich auf der karte sehr sehr gut aussuchen hier ist dann ebenfalls noch eine hoffläche vorbereitet die man hier nutzen kann also auch hier kann man sich seinen hof aufbauen und gleich nebenan sehr sehr viele felder hier haben wir noch einmal ein paar bäume mit am start und das wird vermutlich auch das sägewerk sein jawohl also hier können wir dann holz verkaufen und vielleicht auch irgendwo hackschnitzel vielleicht finden wir hier irgendetwas nein schaut soweit nicht aus doch hier sind hackschnitzel also hier ist der hackschnitzel verkauf also von dem her ist das hier alles möglich wir haben dann hier oben geht es dann weiter über die bergkuppe hier drüber sage ich einmal wir sind dann hier im nächsten waldgebiet das auch sehr schön angelegt ist also hier sind wieder ein paar bäume ein paar sträucher auch in den höhen unterschiedlich also man sieht wir haben hier eine steile felswand also ist alles ansonsten recht schön angelegt hier und hier unten gleich unter dem waldgebiet haben wir die nächste zufahrtstraße zu einem hof beziehungsweise zu einer hoffläche die man hier nutzen kann um seinen hof anzulegen das wären eben diese drei hofflächen die man nutzen kann hier nächstes forstgebiet also auch hier wieder fehlen vielleicht ein paar büsche mit drinnen außen rundherum wurde das schön gestaltet aber vielleicht hier drinnen ein paar wege ein paar büsche macht das ganze um einiges schöner dann schauen wir hier gleich weiter fliegen über diese großen felder hinweg feldwege sind ebenfalls mit am start schön angelegt eben also das finde ich schon einmal recht gut gemacht oder gut gelöst hier immer wieder zwischen den feldern vielleicht auch also kleinere ja so kleinere bäume oder kleinere baumgruppen hier wie man sehen kann mitten im feld ist auch eine recht schöne sache wir haben dann hier so eine art bahnhof wo wir eben sachen verkaufen können also getreide verkaufen können muss man sich dann ebenfalls noch raussuchen und hier ist dann das map ende hier sind noch ein paar wiesen und hier vorne ist dann die baumtapete hier ist ende von der map begrenzung an sich man sieht jetzt recht schön wenn wir hier rüber schauen der hintergrund ist sehr sehr verschwommen also das könnte man vielleicht noch etwas besser lösen ansonsten finde ich die map begrenzung hier recht schön mit diesen boemen und hinten dann die baumtapete man kann zwar ganz ran gehen aber wenn man hier so mit dem drescher entlang fährt sieht man nicht gleich die baumtapete da vorneweg noch ein paar bäume platziert wurden wir haben dann hier noch eine verkaufsstelle also hier können wir ebenfalls noch sachen verkaufen ansonsten sind dann hier noch felder angelegt und wir sind schon wieder auf unserem ausgangspunkt angekommen also keine allzu lange map vorstellung hier wer war ja unser ausgangspunkt bzw startpunkt hier der karte in diesem kleinen dorf wir haben jetzt eben eine kleine runde gedreht hier über die karte haben uns soweit alles angeschaut eben diese drei hofflächen die eben sehr sehr interessant aufgebaut sind von dem her wenn man das ganze kauft bekommt man auch felder dazu und das kostenlos also von dem her kann man das hier schon recht gut nutzen am anfang habe ich gedacht eine karte ohne hof ohne felder beziehungsweise ohne der hoffläche die muss man auch noch kaufen das ist eben nicht so also die bekommt man praktisch geschenkt und einige felder dazu aber mit 100.000 euro ist es trotzdem noch vielleicht etwas schwer einen hof aufzubauen es würde natürlich funktionieren oder funktioniert auch aber man müsste auch um einiges oder einige sachen noch abernten einige felder um damit geld zu verdienen um seinen hof dann noch aufzubauen also wir schauen noch ganz kurz in die log die log ist soweit sauber wir haben auch gesehen von der fps zahl her die performance ist sehr sehr gut auf der karte die karte ist ja nicht allzu groß beziehungsweise nicht so detaillastig von dem her funktioniert das mit der performance auch sehr sehr gut also kann man das schon alles so lassen ansonsten kurzes fazit zur karte die karte bekommt in meiner bewertung momentan hier vier von fünf sternen es fehlt mir einfach noch an verschiedenen details speziell im wald auch wie ich erwähnt habe viele waldflächen wirken noch sehr sehr leer generell die karte vielleicht noch ein paar kleine details dann würde diese karte wirklich sehr sehr perfekt sein und vielleicht würde ich mir wünschen einen eingerichteten hof also dass man sagt einen hof habe ich und die anderen hofflächen kann ich noch gratis haben wenn ich sie möchte und kann hier meinen hof aufbauen aber für mich persönlich ist es immer wichtig wenn auf der karte ein hof vorgegeben ist ist natürlich wie immer geschmackssache habe ich am anfang der karte oder der vorstellung schon gesagt aber für mich persönlich gehört auf einer map auch ein hof schon mit dazu also vier von fünf sternen in dieser momentanen version 1.0 das ist eben die erste version ich hoffe natürlich es wird noch eine zweite version folgen mit verschiedenen verbesserungen ansonsten für eine version 1.0 wirklich schon eine sehr sehr schöne karte wenn dir mein video gefallen hat würde ich mich über eine positive bewertung von dir freuen und wenn du mich noch nicht abonniert hast auf jeden fall abonnieren bitte also hoffentlich bis demnächst ciao